Hallo zusammen, mein Name ist Irina. Und ich bin der Benni. Zusammen sind wir die drei Gründer von BodyNation. Drei Gründer? Ihr habt richtig gehört. Willi, der Papi von Irina, ist heute leider ein bisschen kamerascheu. Er ist jedoch hinter den Kulissen aktiv mit dabei. Unsere Leidenschaft ist der Sport mit all seinen Facetten. Ich habe schon einen Halbmaradon gerennt, Yoga versucht und auch Scores gespielt. Doch seit gut fünf Jahren bin ich dem Bodybuilding treu geblieben. Im 2016 hat es mir dann so unter den Fingern gejogt, dass ich beim IFBB-Verband zwei Wettkämpfe gemacht habe. Ich persönlich habe noch keine Wettkämpfe gemacht. Ich bin jedoch seit acht Jahren leidenschaftlicher Bodybuilder und bis jetzt treu geblieben. Früher habe ich Eishockey gespielt und jetzt spiele ich ab und zu American Football. Wie gesagt, bin ich seit acht Jahren leidenschaftlich beim Bodybuilding mit dabei. Und ich war wieder einmal auf der Suche nach Produkten. Und ganz frustriert, wo ich etwas finde. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum machen wir eigentlich nicht etwas Eigenes? Ich frage euch vielleicht, warum schon wieder ein Job? Das ist eine berechtigte Frage. Aber ihr kennt es. Wenn ihr eine Leidenschaft habt, für die ihr richtig brennt. Und die Nachtabend nicht einschlafen können, dann muss man es einfach machen. Weil sonst werden wir es irgendwann bereuen. Uns ist es wichtig, dass wir euch, dem Endkonsument, transparent aufzeigen können, was es alles gibt. Wir wollen Themenbereiche mit euch durchleuchten und kritisch hinterfragen. Und es ist uns eine Herzensangelegenheit, einen Job zu kreieren, der eine Persönlichkeit hat. Ihr sollt wissen, wer hinter BodyNation steht, damit wir eine vertrauenswürdige und nachhaltige Anlaufstelle für sportbegeisterte Leute kreieren können. Wir wollen eine Plattform erstellen, wo wir unsere Erfahrungen teilen, aber euch auch die Möglichkeit geben, damit wir von euch lernen können. Wir hoffen, dass ihr uns auf unserem Weg begleiten können, wir eine gemeinsame Richtung finden und zusammen wachsen können. Wir wollen uns ein Herz dafür geben, dass ihr die Produkte findet, die ihr sucht. Besucht uns doch auf unserer Webseite BodyNation.ch und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.